ich war immer vor jetzt kommt der auditive typ ist so der typ der ja tief in den bauch hinein er spricht schon auf eine weise wo der klang eine bedeutung hat wo er merkt dass die betonung seiner eigenen stimme dass er wenn er jetzt geht schon los der visuelle typ sagt dann das ist heinz hört sich ja immer so gut selber so gern selber reden also da fängt es nämlich schon an mit den missverständen aber wisst ihr heinz ist einfach nur auditiv und für heinz ist so ein visueller liebevoll genauso anstrengend darüber reden wir und heinz sagt dann dinge wie mensch das klingt gut habe ich schon mal von gehört hört sich gut an so ein visueller typ wenn der hoch interessiert ist der schaut hier tief in die augen dann vor spannend spannend der will jetzt das wahrnehmen und auch vor seinem geistigen auge so ein auditiver wenn der dir zuhört das machte instintiv der hält dir das ohr hin echt ja nie ja die habe ich auch schon mal gehört und genauso entstehen dann auch missverständlich wenn jetzt der hört mir einfach nicht zu dabei passiert genau das gegenteil und wenn ich das als erwachsener weiß mein kind hört mir zu weil er mir das ohr zu stricken kann er auch am besten und nicht sagt schau mir in die augen wenn ich mit dir spreche auch als lehrer dann habe ich es echt schwierig weil ich muss mich jetzt gegen meinen instinkt wie ich lernen kombinieren will und das mit körper verbinden muss ich dir jetzt in die augen schauen und dann geht gerade vielleicht etwas verloren